so hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Ansage ja die Ansage lautet ihr könnt von uns falls ihr es bemerkt habt haben wir ein neues Kanal Bild Kanal Design haben wir von jemanden anderen Austrian Soldiers Schleichwerbung ne aber das Kanal Bild habe ich selbst gemacht und wenn ihr wollt könnt ihr auch eins haben und wir würden da ich mach das gern mir ist langweilig und ich mich und ich haben beschlossen ich kann die machen wenn ihr eins wollt schreibt uns einfach mal an ja so sieht unseres aus also unseres in 3D das was sie jetzt haben ist nicht 3D ich habe das ganze vorher 3D gemacht denn so zum Beispiel könnte es auch aussehen zweidimensional hier in Platinstein dahinter oder hier auch so ja und das war ein anderes in 3D mäßig und ja ich kann es auf verschiedene Varianten machen natürlich nicht nur so mit Schrift es kann auch viel komplizierter sein ich kann auch alle möglichen Teile einbauen aber die Teile die ich einbauen sollte sollte die mir am besten auf per Skype schickt das heißt ihr könnt mich per Skype enden ja wenn ein Kanal Bild braucht abonniert uns müssen nicht also abonniert uns edit mich auf Skype schickt mir die Sachen die ich einbauen soll und dann mache ich euch ein Kanal Bild ja das war es eigentlich schon gut tschüss